Beheben von Problemen bei der HDMI-Anzeige und dem Ton unter Windows 11 Beheben Sie Probleme bei Ihrem Computer, wenn er mit einem HDMI-Kabel verbunden ist, aber die Bildschirmanzeige und der Ton nicht richtig funktionieren. Trennen Sie das HDMI-Kabel und schließen Sie es erneut an, um die Verbindung zurückzusetzen. Trennen Sie das HDMI-Kabel vom Notebook. Trennen Sie das HDMI-Kabel vom Monitor. Vergleichen Sie den HDMI-Stecker mit dem HDMI-Anschluss. Der Stecker am Kabel muss zum Anschluss passen. Verbinden Sie das HDMI-Kabel mit dem Anschluss am Notebook. Verbinden Sie das HDMI-Kabel mit dem Anschluss am Monitor. Wenn die Anzeige oder der Sound immer noch nicht korrekt funktionieren, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort. Öffnen Sie einen Internetbrowser und konfigurieren Sie die Toneinstellungen für die HDMI-Tonausgabe. Wählen Sie Start. Geben Sie Toneinstellungen ein und wählen Sie dies aus den Ergebnissen aus. Wählen Sie Weitere Toneinstellungen. Wählen Sie den verbundenen Monitor und wählen Sie dann als Standard festlegen. Wählen Sie Eigenschaften und wählen Sie dann die Registerkarte Hardware aus. Stellen Sie die Monitor-Lautstärke auf mindestens 75 ein und wählen Sie dann OK. Wenn das Problem nach dem Ändern der Toneinstellungen und der Lautstärke immer noch besteht, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort. Führen Sie die Windows-Problembehandlung aus, um das Problem automatisch zu erkennen und zu beheben. Wählen Sie Start, geben Sie Audio-Problembehandlung ein und wählen Sie dann Erkennen und Beheben von Problemen beim Wiedergeben von Audio aus den Ergebnissen aus. Im Fenster Wiedergeben von Audio-Dateien wählen Sie Weiter. Wenn Ihr Computer mehrere HDMI-Ausgänge angeschlossen hat, wählen Sie die Verbindung aus, bei der ein Problem behoben werden muss, und wählen dann Weiter. Lesen und reagieren Sie auf die Aufforderungen auf dem Bildschirm, um Probleme mit der HDMI-Verbindung zu beheben. Wenn das Problem nach Anschluss der Problembehandlung nicht behoben ist, wählen Sie Schließen und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort. Setzen Sie den Computer zurück, um zu versuchen, die Probleme mit Anzeige und Ton bei HDMI-Verbindungen zu beheben. Fahren Sie den Computer herunter und trennen Sie dann alle Kabel einschließlich des Netzkabels. Drücken und halten Sie die Netztaste 15 Sekunden und schließen Sie dann das Netzteil wieder an den Laptop und eine Steckdose an. Drücken Sie die Netztaste, um den Computer einzuschalten. Wenn das Zurücksetzen des Computers das Problem nicht behoben hat, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort. Aktualisieren Sie im Gerätemanager die Anzeige und Tontreiber. Verbinden Sie Ihren Computer mit dem Internet, um optimale Ergebnisse zu erhalten. Wählen Sie Start, geben Sie Gerätemanager ein und wählen Sie dies aus den Ergebnissen aus. Erweitern Sie Ton-, Video- und Gamecontroller und klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf das High Definition Audio-Gerät. Wählen Sie Treiber aktualisieren und dann automatisch nach Treibern suchen aus. Suchen Sie mithilfe von Windows Update nach Updates. Windows durchsucht den Computer und das Internet nach einem aktualisierten Treiber und installiert dann einen, falls einer verfügbar ist. Starten Sie den Computer neu und prüfen Sie dann die HDMI-Verbindung erneut. Klicken Sie auf die Registerkarte Wiedergabelisten in YouTube, um HP-Videos in anderen Sprachen zu finden. Suchen Sie auch in unserem Kanal nach offiziellen HP-Support-Videos. Testen Sie in derρείale drüben Sie in der nächsten凌 teachers. die erste Karteihe, wenn Sie auf der rechten ´D-Tag sehen Sie in der Rühe. das ist eine große Entwürste, alle Entwürste, das können Sie das in der Rühe. Vielen Dank.